Wie ist Ihr Konzept, Herr Wachtmeister? Unmöglich! Und darum wollen wir stellvertretend einen Veteran heilen. Jesus Maria, das darf doch nicht wahr sein. Also machen wir dieselbe Stelle gleich nochmal. Das war eh nicht so. Die 3-Kompanie vom Infanteriebad, äh 48, sorry. Ja, weil ich, weisst, ich habe einen Zungenschnalzer gehabt sollen. Und dann wollte ich das, wollte ich das ein bisschen aus, habe mir gedacht, wenn ich Pause mache, wie beim Radio. Herr Wachtmeister, wie sieht Ihr Konzept aus? Scheisse! Scheisse! Wenn er uns da ausdrücklich schildert, sind die Mannschaft ja eindrücklich. Nein, jetzt ist es falsch, jetzt bin ich falsch. Tut mir leid. Drum bin ich auch für 100, 130. Tut mir leid für alle.